Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Abgeordnete! Der SPD-Vorschlag zum Einwanderungsgesetz will die demografische Lücke an qualifizierten Arbeitskräften schließen und ungeordnete Zuwanderung steuern. Beide Ziele werden verfehlt. Ein hoher Einwanderungssaldo kann die demografische Schrumpfung kaum kompensieren. Laut UN bräuchte Deutschland in der ersten Jahrhunderthälfte für eine konstante Menge Erwerbsfähiger 25 Millionen Migranten, also pro Jahr 500.000. So viele Qualifizierte wird es aber schlicht nicht geben. Migration löst hier das demografische Problem nicht. Die Flutung aber mit geringqualifizierten plus geplantem Familiennachzug stabilisiert nicht Arbeitsmarkt und Rentensystem, sondern vermehrt Arbeitslosigkeit und Sozialleistungsempfang noch dazu bei zunehmend digitalisierter Arbeitswelt. Zielführend wäre die Erhöhung der Geburtenrate. Eine aktivierende Familienpolitik, wie von uns gefordert wäre, vorrangig, statt das eigene Volk auszutauschen. Das heißt Milliarden für unsere Familien und nicht für Alimentation und Integration erst nicht bleibeberechtigter oder jetzt nicht vermittelbarer Migranten. Die SPD räumt ein, dass in Deutschland kein allgemeiner Arbeitskräftemangel herrscht, wohl aber im Bereich Technik-IT. Wer dächte da nicht zuerst an minder qualifizierte Bewerber ohne Sprachkenntnisse aus Innerafrika und der muslimischen Welt. Es soll nämlich die bisherige illegale Migration jetzt per Umdeklaration legalisiert werden. Denn für wen wird das Ganze veranstaltet? Laut SPD-Papier soll Einwanderung die Interessen beider Seiten gestalten. Gemeint sind wohl einerseits die Interessen der bisherigen Wirtschaftsscheinasylanten, die jetzt mit neuem Etikett versehen werden sollen, und andererseits die der UN-Ideologen, die mittels weltweiter Massenmigration gewachsene Nationalstaaten auflösen wollen. Dafür soll es jetzt ein jährliches Einwanderungskontingent geben. Nun, qualifizierte Arbeitnehmer wie über das Blue-Card-System können gern ihren Beitrag leisten, wo er deutschem Interesse dient? Natürlich. Aber die Aufenthaltserlaubnis nach Punktesystemen wie im SPD-Entwurf gestaltet, ist nichts als die Pervertierung dieser Idee. Da geht es etwa um Integrationsaspekte. Positiv zählt, wenn jemand eine Beziehung zu Deutschland hat. Da heißt es dann etwa, die Verwandtschaft ist schon hier. Mit anderen Worten, das wird ein Familiennachzugsprogramm für unsere hiesigen Parallelgesellschaften, ein Aufbauprogramm für Clanbildung, komplett anti-integrativ. Was wollen die Genossen noch? Leichtere Anerkennung von ausländischen Abschlüssen, Feststellung der Vergleichbarkeit von Qualifikationen erst nach Einreise. Und vorher verschenken wir die Punkte auf Treu und Glauben, ja? Deshalb zum Thema Migrationssteuerung. Was wäre denn der Unterschied zur jetzigen unkontrollierten Massenzuwanderung? Jetzt sagt der Migrant, Syrien, Asyl. Der neue Eingeladene sagt, Fachabschluss, Ausbildung. Beide werden ohne Nachweis reingelassen und erst im Innern überprüft. Der eine in langen Widerspruchsverfahren berechtigt oder nicht, er bleibt. Der andere in ein Jahr langer Jobsuche erfolgt oder nicht, er bleibt. Es wird verlängert. Und wenn er Arbeit aufnimmt, sofort Familiennachzug. Ohne Sprachkenntnisse nach drei Jahren schon Niederlassung. Und beide Migrationsströme sollen nebeneinander bestehen bleiben. Das ist eine Ausweitung unserer Probleme. Neben weiterhin ungesteuerter Asylmissbrauchsmigration jetzt auch noch Arbeitnehmerimport auf Verdachtsqualifikation ohne entsprechendes Arbeitsplatzangebot. Ohne Sicherung des Lebensunterhalts. Bei Qualifikationen nur informell erworben. Immer alle erst mal rein. Der ganze Import als sogenanntes Potenzial. Der Steuerzahler wird sich freuen über so ein Potenzial an Versorgungsfällen. Und wenn es ein Arbeitsplatzangebot gibt, keine Vorrangprüfung mehr aus Effizienzgründen. Ob Deutsche oder EU-Bürger das machen könnten, egal. Eine unfassbare Unsolidarität gegenüber den eigenen Leuten. Hauptsache die UN-Replacement-Migration kommt voran. Effizient voran. Und klar, das letzte Ziel soll hier sein, in diesem Machwerk, ein rechtlicher Rahmen für eine deutsche Einwanderungsgesellschaft. Und man höre, Reform des Staatsbürgerschaftsrechts. Die letzte Säule deutscher Selbstbestimmung. Soll das deutsche Volk durch Masseneinbürgerung von nicht qualifizierten Fremdstaatlern aller Kulturen demnächst mittels Wahlrecht hier bald entmündigt werden? Die AfD wird als Sachwalter der Interessen der deutschen Bürger hier entschlossen parlamentarischen Widerstand leisten. Ich danke Ihnen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, manchmal ist das so eine Sache mit der Meinungsfreiheit. Aber ich rufe jetzt auf den Kollegen Stephan Thomae von den Freien Demokraten. Applaus